Das hier ist so für DGB. Das ist so, wie ich da gesagt habe, ja. Ich schreibe in den E-Mails und frage jetzt, kommt von YouTube, dann gibt es so ganz viele Institutionen, sie haben alles vergessen. Ich bin Pole, ich kann nicht nur E-Mails schreiben. Und jetzt, die eine komplette Marke, sie kann mir nach Gericht gehen, von mir. Und das in meinem kleinen YouTube-Schild. Die, alle Institutionen, Leute oben, vergessen, da Kunde sie sind, die Kunde. Die Kunde, sie sind Grund für sein, oben, jetzt, was sie machen. Warum sie haben keine Antwort für einen meiner, einen kleinen Pfarrer auf die Welt? Sie, so große Marke für komplette Deutschland? Wenn ich gefragt vom Nord nach Süd komplett, dann ich weiter noch fragen, jetzt ist es noch mehr. Sie tauschen wieder. Die andere, Dyskont. Warum sie das nicht sprechen mit? Mitarbeitern, Filialin, Pfarrer, alle. Die Frage, die alle kompletten Institutionen von Europa, ist das Fragen in anderen Landen, wie ist von dieser Seite. DGB, sie alle weiß, was ist das, ja? Wenn ich E-Mails schreibe, ich habe schon keinen Bock, schreiben E-Mails. Ich bin ein Poler. Meine Idee ist nicht, machen das was? Kaputt? Dass sie das alleine, wenn ich nicht antworten will. Firma, nix. 40 Personen von der Firma, nix. Zweite Mal. Alle Positionen, nix. Lager Berlin, nix. Weiter, nix. Alle Institutionen. Was ist das? Und Kanzler fallen nach G7? Dass sie fragen, die anderen Landen jetzt von der Webseite, welche ist das gefunden? Leute da oben, sie vergessen. Das Kunde. Das ist der Grund, dass sie gehen einkaufen machen. Und welche Kompetenzen haben sie auf meinem Beispiel? Auf meinem Beispiel. Den Arbeitsgeber, welche jetzt blockieren alles? Mit E-Mails sitzen im Sessel und lachen aus mich. Ich habe gesagt, kannst du da bleiben? Liebe, du machst nicht so Katastrophe weiter für die Welt. Kannst du mir alles sagen? Warum ist das so? Wann den Land fahren nach G7? Das ist komisch, oder? Ich fahre, die fragen dich alle Institutionen von Europa, von der Seite, wie da läuft einander. Das, ich bin nicht von der Seite, ich wollte so, aber wie lange ich kann warten. Ich bin schon, siebte Woche, siebte Woche, mit Kündigung, weil ich erstelle den E-Mail. Nach einer Woche kommt ein Gericht von der Arbeitszeit. Wir sind in der Arbeitszeit. Kündigung. Und was? Sie fahren? Jetzt hat der Arbeitsgeber alles gesagt. Sie alle wollten mich weg? Da alle, was ist das? Die Expedition, das ich weiß, hat er das gesagt. Und jetzt sitzen komplett. Die Marke blockieren E-Mail vom Einfahrer, welcher wollte es fragen? Leute, wo wir sind? Wo wir sind? Hier sind Kunde. Hier sind Kunde. Sie vergessen, von was kommt der Geld? Sie jeden Mal, jeden Tag gehen arbeiten. Die Leute. Und danach war ich angesprochen mit Freunden von beidem Land. Warum ist so Beton? Für was? Wie ist es mit Transport? Das ist auch Beton? War nicht gefragt. Von meiner Seite in Berlin. Ich war da so fein. Filialen. Firma. Kollegen. Alle kompletten Mitarbeiter vom Lager. Das Lager. Das ist auch ganz viele Leitsarbeitsfirma. Die alle fragen. Bitte mir antwortet. Bis 13 Uhr. Per E-Mail. Offiziell. Und ich schreiben die alle auf die andere Institution. Ich frage, wie ist es in Europa von der Seite. Das ist ein bisschen nicht normal. Weil das jetzt machen gerade meine Leben. Lebens. Mit dir alles schaden. Ich habe alle Skandale aufgeschrieben. Und alle Briefe sind bei Anwalt. Zwei Anwalt, die ich habe. Weil das bezahlen.